Ich versucht auf einen neuen Account in einer Stunde so viel wie möglich in Ranked aufzusteigen. Und wie viel ich am Ende geschafft habe, seht ihr in diesem Video. Letztlich schon zwei Minuten verloren. Das ist nicht gut. Die werden direkt einfach Hotjob droppen. Fuck off. Direkt raus. So viele Kills wie möglich machen. Ich spiele auch heute den weißen Superhelden-Skin. Als ihr euch fragt, wie ich den bekommen habe, einfach Galaxies-Wopper. Ich habe echt schlechten Job, die anderen haben einen viel besseren Job. Weil ich habe da nämlich so meinen Ort, wo ich landen kann. Ja, das ist gut. Was macht er da? Oh. Easy-Kill. Von zwei Kills ist gut. Obwohl ist am Anfang ganz okay. Die fighten da unten schon mit Schrauflinden. Da muss ich echt aufpassen. Ich bin hierher geflogen, ja. Oh, escape. Gott, mein Aim ist gerade gar nicht am Freund. Die fighten da. Oder was ist das? Ich bin hierher geflogen. Ich bin hierher geflogen. Ich bin hierher geflogen. ist der dumm ich kann das ist ja bei euch auch manchmal so ich kann einfach nicht runter editieren das ist manchmal voll komisch er hat einfach auf mich gezählt hier weiter weg sein okay das war der typ aufschlüsse ich glaube längs du wachst ich kann hier nicht bauen ich komme hier nicht raus jetzt nicht gut das ist mir ein bisschen zu gefährdet ich hier gerade sogar Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich wurde von hinten noch gesnipet, Digga. Alter, das ist richtig kacke für mich, Digga. Das klappt mir über die Zeit. Was du bist, halt. Ich muss den jetzt wirklich schnell töten. Oder er töttet mich einfach schnell. Ich bin aber auch gerade schlecht, ne? Ja, das war's. Fuck, schnell was. Ich bin aber auch gerade nicht. Okay, ich bin bereit. 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 oder was macht er was hat er denn gemacht er ist anscheinend unter mir ich hasse so ein spieler die sind so gefährlich ich muss schon mal nicht hitten das ist wichtig und jetzt hat er wieder ab kürzigkeit ist aber auch frech mein gott mann der gehör doch nicht ab wer unbedingt zum stop chuck warte ich was ich hatte ich könnte meine waffe nicht switchen jungs ich glaube eine fuck das ist komplett one shot oh mein gott dass der überhaupt noch lebt ja schon wieder was kriege ich aber für key ah diga oh ich komm schon wieder nicht oh mein gott ja ich wusste das ist der kopf diga ja ich konnte mich erlitten oh mein gott was macht er da ja das ist nice okay ich kann eins am besten das schmerzt das schmerzt ich kann sechs minuten oh mein gott ich habe keine immer mehr immer mehr das ist vielleicht sogar das ende jetzt schon ja das ist das ende okay das ist mit dem video meine freunde wenn ihr einen zweiten partner wird dann abonniert und like gerne den kanal das Herz ich sehe hier ich sehe ich sehe Untertitelung des ZDF, 2020